Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist die школen Köln und Pankow und Pankow mit. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier war's! Sie waren befehlend zu ihr Seiz zu... Oh, bald ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen zu der SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverlässiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Gestatt Feiglinge! Verreißer, Verzahner! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmack des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren!